Herzlich willkommen bei Mittelsmorgensblogger der Welt. Meine Stimme ist noch leicht angeschlagen vom gestrigen Silvesterabend. Ich hoffe, ihr habt auch schön gefeiert, seid nicht allzu verkatert und hattet einfach einen schönen Jahreswechsel. Auf jeden Fall möchte ich euch hier zu Beginn des Videos erstmal ein frohes neues Jahr wünschen. Viel Glück und alles, was ihr euch wünscht. Gesundheit ist natürlich immer das Wichtigste. Ich hoffe, ihr seid einfach gut reingerutscht in das neue Jahr und auch in das neue Jahrzehnt, muss man schon sagen. Das sind ja einfach jetzt die 20er Jahre. Es wird also Zeit für Anzüge und Herrenhüte und schöne Kleider wieder. Vielleicht kommt das jetzt alles zurück in den 20er Jahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Jahrzehnt wird für uns und wünsche mir natürlich, dass das alles toll wird in Zukunft. Und ihr könnt natürlich auch gerne erstmal ein Abo dalassen, das würde mich sehr motivieren und auch gerne in Zukunft hier auch weitere Videos vorschlagen. Also gerade auch an die Neuen, die jetzt vielleicht hier durch das Video raufkommen, könnt ihr gerne auch weitere Themen hier vorschlagen für Podcasts, Let's Talks und auch andere Videos. Auch für Reactions und Co., wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr immer auch sagen, ey, das wäre ganz interessant, reagier doch da mal drauf. Soviel dazu, kommen wir jetzt auch zum eigentlichen Thema des Videos. Viel wichtiger, seid ihr für Feuerwerk oder seid ihr dagegen? Denn es gibt ja eine heiße Diskussion, deswegen dachte ich, Mensch, ich mache ein Video dazu zum Feuerwerksverbot, beziehungsweise ja zu dem ganzen Thema. Denn es gibt zwei Seiten, die einen sagen, ich finde Feuerwerk super, es ist wunderschön, es ist Tradition und es ist einmal im Jahr. Und für mich gehören Böller und Raketen dazu an Silvester. Und die anderen sagen, nee, die Tiere werden gestört, Menschen werden verletzt, Tiere auch, zu dem kommen wir gleich. Es ist eine enorme Gefahr, es gibt unnötige Verletzungen, es ist auch für die Umwelt nicht sonderlich förderlich und Co. und regen sich darüber tierisch auf. Auf Twitter, Facebook, Instagram wird heiß diskutiert, auch aufgrund eines Vorfalls jetzt im Krefelder Zoo, auf den ich mich jetzt konzentrieren möchte. Es gab natürlich viele Vorfälle am gestrigen Abend rund um die ganzen Feuerwerksgeschehnisse und Leute, die da durch die Städte gelaufen sind. Und in Berlin, zumindest bei mir, wo ich gefeiert habe, in Kreuzberg war es, also zumindest in dem Teil von Kreuzberg war es sehr gesittet, es war schön. Jeder hatte seine Raketen, seine Böller und weiß es ich benutzt, ohne dass da jetzt jemand zu Schaden kam. Das ist schon mal sehr, sehr schön, denn das ist nicht immer gang und gäbe. Ich habe auch schon von anderen Freundinnen und Freunden gehört, dass die mit Raketen beschossen wurden oder sich auch verletzt haben und das ist natürlich weniger schön. Und ich habe das natürlich auch schon in der Vergangenheit mitbekommen, dass es da halt immer Probleme gab, das ist auch ein ganz großes Thema. Aber bevor wir zu diesem Ganzen kommen, möchte ich hier nochmal ganz locker über Krefeld jetzt sprechen. Und zwar habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, in Krefeld ist ein ganzes Menschenaffenhaus im Krefelder Zoo abgebrannt und sämtliche Affen, die dort gelebt haben, sind auch gestorben. Und es ist jetzt noch nicht so hundertprozentig raus, warum das jetzt da alles passiert ist, aber es liegt ja auf der Hand. Das ist wahrscheinlich, dass es ja einen Grund dafür gegeben haben könnte, und zwar Feuerwerk oder vielleicht auch einfach Brandstiftung anderer Art. Aber gerade an der Silvesternacht ist das ja auch nochmal so ein Thema, wo das eigentlich dann vielleicht wirklich eine Rakete oder einen Böller oder was weiß ich ausgelöst haben könnte. Ich sage es jetzt extra, könnte. Denn der Ermittler Gerhard Hoppmann ist der Leiter dort bei der Kriminalpolizei und der sagte bei der Pressekonferenz, es sei naheliegend, dass diese Fackeln für den Brand ursächlich gewesen sind. Also es wurden da irgendwelche Fackeln, chinesische Fackeln auch vor Ort gefunden und das waren auch illegale chinesische Fackeln, wie auch immer das jetzt, was jetzt auch immer das heißt. Vielleicht waren es so Pyro, was man auch im Stadion sieht. Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint sein könnte. Ich denke, es war irgend sowas in der Art Pyrotechnik und vielleicht wurde das da einfach in dieses Affenhaus von irgendwelchen Idioten reingeworfen. Und das hat einen Brand verursacht oder irgendein Unfall hat dazu geführt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr naheliegend, wie auch der Ermittler sagt, dass das der Grund gewesen sein könnte. Dann war das ja schon mal kein Feuerwerk in dem Sinne, was er erlaubt ist zu kaufen oder einen Böller, sondern auch was Illegales wie chinesische Fackeln. Und illegale Sachen kann man ja sowieso nie verbieten. Also spricht das ja schon mal ein bisschen dagegen, jetzt komplett das Feuerwerk dafür verantwortlich zu machen. Und ich habe auch vieles gelesen, die haben gesagt, Feuerwerk und Böller, das muss verboten werden. Ja, wenn es erlaubtes Feuerwerk und erlaubte Böller und wer weiß was ich sind, dann ist es was anderes als jetzt illegale chinesische Fackeln. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das kann man ja dann in Zukunft durch ein Feuerwerkverbot auch nicht verhindern, wenn man einfach sich illegal und welche Sachen kauft und es dann trotzdem zu brennen kommt. Und ich denke auch, dass man so ein Feuerwerksverbot nie so richtig umsetzen kann. Vielleicht an öffentlichen Plätzen, aber nicht in sämtlichen Seitenstraßen und Co. Gerade wenn auch in Nachbarländern das Feuerwerk noch frei verkäuflich ist, wird es genug Fans geben, die dann einfach sagen, du, ich kaufe mir trotzdem was und dann geht das trotzdem los. Also ich glaube, dass so ein Verbot wenig bringen wird. Ich denke auch, dass das jetzt der Umwelt, da gibt es schlimmere Dinge als jetzt diesen einen Tag. Sicherlich, ich möchte das jetzt nicht unter den Tisch kehren, aber ich halte von so Verboten eigentlich nicht viel. Ich muss sagen, in Berlin ist es so ein bisschen ruhiger geworden rund um Feuerwerk. Zumindest kam mir das jetzt dieses Jahr oder generell die letzten Jahre schon so vor, dass die Leute ein bisschen weniger Geld dafür ausgeben möchten als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Auch ich kaufe mir kein Feuerwerk mehr. Ich habe auch keine Rakete dieses Jahr losgeschossen und es hat auch keiner von meinen Kollegen und wie was dabei gehabt. Wir haben einfach was getrunken und einen coolen Abend gehabt. Und dann hat man irgendwie so eine, ja, ich glaube, einen Böller habe ich losgelassen. Das war das Einzige, was noch ein Kumpel dabei hatte. Aber ansonsten gar nichts. Also es war wirklich selten so ruhig. Hat auch nicht mal ein Feuerzeug bei. Also ich denke, dass es vielen so geht, dass viele entweder da rausgewachsen sind oder einfach gar kein Geld mehr einsehen dafür auszugeben. Und wenn jetzt ein Kumpel jetzt eine Rakete dabei gehabt hätte, hätte ich das auch abgefeuert. Oder diese Wunderkerzen und ganzen Kram. Das macht man halt da mit, was die Leute dabei haben. Aber mir selber da irgendwas kaufen extra, das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Das ist irgendwie für mich verschwendetes Geld. Also ich mache dann lieber die 50 bis 100 Euro, investiere ich dann lieber in den schönen Abend, in die Taxifahrt nach Hause oder wie auch immer. Oder ein gutes Essen davor oder danach, nach dem Abend, als jetzt irgendwie das in die Luft zu jagen. So im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Debatte ist halt nach wie vor groß, jetzt auch gerade durch die ganzen Vorfälle. Und dieses Affenhaus, jetzt sind natürlich auch viele Tierschützer auf die Barrikaden gegangen und gesagt, naja, jetzt muss doch endlich was dagegen gemacht werden und das ist doch vollkommen unnötig. Und was für eine blödsinnige Tradition das doch sei. Und ich muss halt sagen, mich persönlich stört das jetzt nicht, wenn man jetzt ein Feuerwerk oder sich Böller kauft und das ganz friedlich mit seinen Leuten macht und ein Feuerwerk da hat und ein bisschen Spaß dran. Das stört mich persönlich nicht. Was mich stört, wenn Leute wirklich aggressiv werden und andere Leute beschmeißen unter Alkohol oder einfach Streicher bauen wollen und einfach Blöde im Kopf sind und einfach vielleicht noch Kinder und dann einfach Leute mit Böllern beschmeißen oder mit Raketen beschießen und so. Und das finde ich geht halt gar nicht. Und auch wenn man halt natürlich klipp und klar das auch auf Tiere macht, auf Tiere schießt oder auf Gegenstände gezielt oder auf Häuser oder diese Fuckin gezielt in so ein Affenhaus reinwirft, um da ein Feuer eventuell auszulösen. Das ist ganz, ganz krass und daneben. Und das muss natürlich auch bewusst angesprochen werden hier nochmal, ja, dass die Leute mir jetzt nicht blöd kommen in den Kommentaren. Das ist natürlich absurd zu verurteilen. Dennoch bin ich eigentlich noch gegen ein Verbot, weil warum sollten jetzt hunderttausende friedliche Leute, die mal ein paar Feuerwerksraketen in die Luft schießen, ein paar Böller loslassen, ja, daran gehindert werden und vielleicht auch in die Illegalität gebracht werden, um es jetzt mal, ja, das Ganze erlaubt zu sagen. Kann ja auch nicht sein, dass man dann nach Tschechien oder nach Polen fahren muss, um sich dann noch Feuerwerk zu kaufen, um das dann hier mal machen zu können. Und ich finde sowas immer ein bisschen schwierig und mich stört es jetzt für den einen Tag nicht. Will euch aber jetzt fragen, wie seht ihr das? Ihr könnt das ja auch komplett anders sehen. Sagt ihr, ne, also ich fand das immer blöd und unnötig, erschreckt mich da nur. Und das muss doch nicht sein. Oder sagt ihr eigentlich auch, ne, ja, für den einen Tag, für die vielleicht zehn Stunden, wo das dann wirklich abgeht, kann man es eigentlich dann auch noch ertragen. Wie seht ihr das? Ihr seht ja auch den Vorfall in Krefeld, also schon wirklich krass und mega unnötig, so eine Aktion. Aber muss auf jeden Fall nicht sein. Und ziemlich bitter, dass sowas jetzt so einen krassen Brand verursacht hat und viele Tiere dadurch auch zu Schaden kamen bzw. gestorben sind. Denn kein Affe hat dort überlebt, die in diesem Haus da verweilt haben zu dem Zeitpunkt. Also auf jeden Fall ziemlich krass. Das soll es dann auch schon gewesen sein für den ersten kleinen Podcast. Entschuldigt mich, wenn ich noch ein bisschen heiser oder ein bisschen verschlafen wirke, aber ich denke, das ist ein ganz gemütliches erstes Video und auf dem Spike-Kanal sollte auch mal wieder was hochgeladen werden. Also bis bald und ciao, ciao.